Stirbt ein Familienmitglied, überfordern einen oft die notwendigen Formalitäten. Wir geben Schritt für Schritt eine Anleitung. Wenn uns der Tod eines Familienangehörigen trifft, benötigen wir Hilfe. Das gilt im Besonderen, wenn er uns unvorbereitet trifft. Gibt es eine Vorsorgevollmacht, worin der verstorbene Wünsche hinsichtlich seiner Bestattung festgelegt hat? Trotz Schock und Traum müssen wir uns um gefühlt 1000 Dinge kümmern. Die Bestattung will organisiert sein, Freunde und Verwandte des Verstorbenen informiert und die Todesanzeige gestaltet werden, um nur ein paar wenige aufzuzählen. Organisation bedeutet erstmal Ablenkung und ist nach dem Verlust eines geliebten Menschen vielleicht nicht der schlechteste. Doch was genau kommt auf sie zu? Der Angehörige ist in seiner Wohnung verstorben. Rufen Sie in diesem Fall einen Arzt, um den Totenschein ausstellen zu lassen. Diesen benötigen Sie später zur Beantragung der Stäbeurkunden beim Standesamt. Im Krankenhaus erledigen das die Ärzte automatisch. Kümmern Sie sich danach, schnellstmöglich um einen Bestatter. Dieser hilft Ihnen bei der Auswahl der Bestattungsart, Blumen, Musik etc. Freunde und Verwandte müssen informiert werden. Aber auch Arbeitgeber, Versicherer, Vereine, Vermieter. Der nächste Schritt wäre sich, um das Erbe des Toten Gedanken zu machen. Hier ist zu klären, gibt es ein Testament? Wenn Ihnen ein Testament vorliegt, bringen Sie es zum Nachlassgericht. Sollte es bei einem Notar oder bei Gericht hinterlegt sein, müssen Sie sich zunächst darum nicht kümmern.